Hallo, mein Name ist Bernd und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit mehreren Kamerawinkeln arbeiten kannst und in der DaVinci Resolve Edit Page einen Multicam Edit anlegen kannst. In DaVinci Resolve stelle ich das Projektarchiv für diese Übung wieder her, Restore Project Archive über Rechtsklick und wähle dann das Multicamera.dra-Übungspaket von dieser Übung hier aus und klicke auf Open, um das Projekt mit den Medien wieder herzustellen und per Doppelklick kann ich nun das Projekt öffnen und ich habe zwei Beispiele in dieser Übung. Als erstes ein kurzes Interview-Segment, wo ein Interview mit zwei Kameras aufgezeichnet wurde und als zweites ein Musikvideo mit acht Kamerawinkeln plus synchronisiertem Musik-Track. Also wir beginnen mal mit dem etwas einfacheren Interview-Clip. Hier geht es um den Fahrradladen Citizen Chain und ich habe hier in der Timeline bereits ein paar B-Roll-Einleitungs-Clips eingefügt und möchte hier am Ende an dieser Stelle hier nun ein Interview-Clip einfügen. Das Interview ist bereits hier ein kurzes Segment aufgezeichnet mit zwei Kameras. Als erstes werde ich die beiden Clips mal in einer separaten Timeline arrangieren, synchronisieren und sehen, dass die Winkel zueinander passen, sehen, dass alles in Ordnung ist und dann daraus einen sogenannten Multicam-Clip erzeugen und den kann ich dann hier im Schnitt in meinem Hauptprogramm verwenden. Das ist ein Weg, um zu arbeiten und um manuell gut zu kontrollieren, ob alles passt. Also in dem Fall wähle ich einfach beide Clips gleichzeitig aus, rechtsklick Create New Timeline using Selected Clips, erzeugt mir hier gleich hier in dem Interview-Ordner eine neue Zeitleiste und die bezeichne ich einfach als Interview, lasse den Rest so wie es ist und habe hier eine kurze Timeline mit beiden Clips. Die könnte ich jetzt im Prinzip auch direkt manuell übereinander legen und von Hand ausrichten, aber in der Situation hier kann ich auch den Ton verwenden für eine automatische Synchronisierung. Es gibt mehrere Wege beim Multicam. Manchmal habe ich einen bestimmten Ton zur Synchronisation, zum Beispiel einen Piepton oder eine Klappe, ein Klatschen. In anderen Situationen habe ich eventuell einen Timecode, also mehrere Kameras, die über Timecode synchronisiert sind, wenn das im Set so eingerichtet worden ist. Hier in der Situation habe ich keins von beidem, aber beide Kameras haben eine sehr gute, brauchbare Tonspur. Insofern kann ich die Tonspur von beiden Kameras verwenden und ich wähle einfach beide Clips mit Steuerung und Linksklick zusammen aus und klicke dann auf Rechtsklick Auto Align Clips und in dem Fall Based on Waveform. Und das hat die Clips automatisch zusammengeschoben und ich kann hier auch in den Details rumklicken und sehe wirklich, dass die Wellenformen perfekt zueinander passen, also die Synchronisation ist gelungen. Nun möchte ich aus dieser Timeline einen Multicam Clip erzeugen und dazu kann ich einfach rechts hier draufklicken und konvertieren. Hier gibt es Convert Timeline to Multicam Clip. Das funktioniert für Timelines und das funktioniert auch für Compound Clips. Die kann ich so konvertieren und die Zeitleiste wurde geschlossen. Die ist jetzt so gesehen innerhalb des Multicam Clips nur noch vorhanden und habe hier wieder meine ursprüngliche Zeitleiste. An dieser Stelle möchte ich nun etwas einfügen. Ich kann den Multicam Clip hier mit diesem Symbol gekennzeichnet für Multicam, kann ich nun genauso verwenden wie einen Source Clip und ich werde ihn einfach hier in dem Source Player mal kurz abspielen und dabei versuche ich direkt In- und Out-Punkte zu setzen für den Bereich, den ich vermutlich benötige. Wir werden gleich hören. In diesem Interview Clip wird zunächst eine Frage gestellt vom Hintergrund und dann fängt er an zu reden und dann kommt eigentlich das eigentliche Segment, was wir benutzen möchten und gegen Ende spricht nochmal der Regisseur im Hintergrund. Also das benutzen wir nicht, wir benutzen nur die Sprache. Also Doppelklick, um es im Source Viewer zu laden und ich spiele von Anfang an ab. Und der Name Citizen Chain ist der... Das ist der brainchild von meinem Partner. Er war ein großer Fan von Orson Welles. Ich habe viele Projekte auf ihn gemacht, um ihn zu spüren, um ihn zu spüren, um ihn zu spüren. So ich appreciated die Pun und die Play-On-The-Word, Citizen Kane, Citizen Chain. Und dann nur noch nachdem wir den Shop, bei einem bestimmten Kursen, wir gefunden, dass Rosebud was wirklich ein Bicycle. The Inspiration for Rosebud as a sled was a bicycle that the screenwriter had as a child. Sort of a happy coincidence for us. And so how does this shop, I mean, because this is in North Beach. Ja, und weil ich den Clip so gut kenne, habe ich bereits die In- und Auspunkte etwas enger gesetzt. Also am Anfang den Einleitungssatz habe ich direkt übersprungen und auch am Ende habe ich direkt etwas ausgelassen, was ich jetzt nicht benutzen möchte hier in meinem Schnitt. Diesen mittleren Teil möchte ich einfügen, also über die üblichen Schnittfunktionen, zum Beispiel F9 für Insert, kann ich das einfügen. Und das sieht erstmal genauso aus wie jeder andere Clip, den ich in eine Zeitleiste einfügen kann. Ich sehe hier, dass der Ton relativ laut ist. Ich werde jetzt erstmal Folgendes tun. Ich sehe, das ist hier am Anschlag. Ich werde einfach zur Sicherheit halber meine Audiospur gerade mal etwas runterfahren. Ich kann auch hier, wie bei anderen Clips, den Ton ändern. Ich habe allerdings dann zwei Spuren und ich werde gleich zwischen den zwei Kamerawinkeln hin und her wechseln. Also gerade setze ich einfach hier mal das um 10 Dezibel herunter. Und höre nochmal rein. Und da kann ich schon mit dem Schnitt beginnen. Er sagt am Anfang, dass er ein großer Fan von Orson Welles war. Und dann erklärt er, warum irgendwas mit seiner Schulzeit. Das klang jetzt für mich nicht so wichtig für diesen Clip. Ich möchte anfangen mit, dass er ein großer Fan von Orson Welles war. Und dann aber direkt auf seinen Fahrradladen zu sprechen kommen. Deswegen setze ich dort einen Schnittpunkt. Und ich konzentriere mich jetzt gerade erstmal nur auf den Ton. Ich möchte, dass nur aus den Sprachsegmenten eine schlüssige Geschichte hervorkommt. Und dann später kümmere ich mich um die Kamerawinkel und ums Bild. Also zurzeit schneide ich diesen Clip ganz genauso, wie ich jeden anderen Clip schneiden könnte. Also ich schaue mal. Big fan of Orson Welles. I was a big fan of Orson Welles. Dort lege ich jetzt dahinter einen Schnittpunkt an. Ich kann das über das Blade Tool oder über die Tastatur, STRG B oder CMD B, einen Schnittpunkt setzen. I've done several projects on him, going through school and stuff like that. So I appreciated the pun. Going through school and stuff like that. Dahinter möchte ich den Schnittpunkt setzen. Ich gehe mal hier in den Detail zoomen, um die Waveform etwas besser zu sehen. Und mache es etwas größer. Gehe mal einen Schritt zurück. Through school and stuff like that. Und hier bei dem So, da möchte ich einen Schnittpunkt setzen. STRG B. Und ich zoome wieder raus. Und kann dieses Segment mit Shift, Backspace, Umschalt, Rückstelltaste löschen. Oder Entfernen-Taste auf der deutschen Tastatur. Und ich gehe erstmal so grob durch. Schauen wir mal weiter. I appreciated the pun and the play on the word of Citizen Kane, Citizen Chain. Dieses zweite Äh, also wenn so zu viele Fill-Wörter drin sind, kann es schon mal stören. Das möchte ich rausnehmen. Also auch hier möchte ich ein kurzes Stück rausnehmen. Das geht übrigens auch mit In- und Out-Punkten sehr effizient. Also ich kann einen In-Punkt setzen. Dann dahinter einen Out-Punkt. Und dann über Shift, Backspace, Umschalt, Rückstelltaste kann ich dann den Bereich zwischen In- und Out herauslöschen. Nachdem sie ihrem Fahrradladen den Namen gegeben haben, danach haben sie festgestellt, dass Rosebud ein Fahrrad war. Also den Bereich dazwischen bei Certain Courses of Events erklärt nicht, was das für Events sind, über die ihr da zwischendurch redet. Also auch dieses Segment möchte ich rausnehmen. Das trägt wenig bei. Certain Courses of Events. Und auch das Füller-Wort dahinter. Also nehme ich auch das wieder heraus. Und jetzt muss ich vermutlich noch das ein oder andere ein bisschen nachjustieren. Ich höre mir die Timeline nochmal an und schaue, wo ich die Schnittpunkte noch etwas feiner justieren muss. Und gehe dafür direkt in den Detail-Zoom. Das mit dem So, das klappt nicht so richtig. Insofern könnte ich versuchen, das hier nochmal zu verschieben. Eventuell muss ich hier ein, zwei Frames anfügen. Versuche ich es so nochmal. Schrägstrich auf der Tastatur zum Abspielen über den letzten Punkt. Das So passt nicht ganz. Das möchte ich auch abschneiden. Und hier nochmal eine andere Schnittfunktion. Je nachdem, welche Arbeitsweise du häufig benutzt, kann es nützlich sein. Wenn du sehr viel derartige Trim-Funktionen benutzt, gibt es einen Trick, direkt zum letzten Schnittpunkt zurückzutrimmen. Also ich kann darüber über das So abspielen und dann sagen, alles weg bis zum letzten Schnittpunkt. Und dazu gibt es in den Trim-Funktionen hier oben die Funktion Ripple Start to Playhead bzw. End to Playhead. Und das bedeutet, das ist hier Shift, Steuerung, Umschalt und die Klammertaste bzw. Command, Shift, diese Rechteckklammer. Wenn ich das auswähle oder auf der Tastatur drücke, dann ich mache es jetzt über die Tastatur. Der Schnittpunkt muss nicht angewählt sein. Also ich bin hier und gehe dann so zurück und habe zurückgetrimmt an den letzten Schnittpunkt. Auch das ist eine Funktion, die hilfreich sein kann. Und je nach Tastatur-Layout muss ich die eventuell über Keyboard-Customization anders belegen, wenn ich diese Funktion oft benutzen möchte. Jetzt höre ich da nochmal rein. So funktioniert das. Ich höre mir den letzten Bereich nochmal an. Da ist noch versehentlich dieses Buy mit drin. Das brauche ich nicht. Und Steuerung, Shift, Rechteck zur anderen Seite kann ich auch hier schnell zum Ende hin trimmen. Ich gehe nochmal auf den Full Extent Zoom. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte sicherstellen, dass ich die Jump Cuts visuell entferne. Also ich habe zur Zeit immer nur die erste Kamera verwendet. Aber jetzt kann ich die einzelnen Kamerawinkel umschalten. Also ich gehe mal vom ersten Clip in den zweiten. Da habe ich einen Sprung im Interview. Da möchte ich den Kamerawechsel durchführen. Insofern rechtsklick auf den Clip und kann hier Switch Multicam Clip Angle und kann hier auf Video 2 umschalten und bekomme so meinen zweiten Videoclip. Und auch beim zweiten Beispiel hier wechsle ich nochmal rechtsklick, Switch Multicam Angle, Video 2. Das war auch schon die Auswahl der Kameras hier. Jetzt möchte ich noch den Ton etwas vor- und nachlaufen lassen, wie es bei Interviews oft gemacht wird, dass wir schon den Interviewgast für ein, zwei Worte hören, bevor wir ihn im Bild sehen und dann am Ende schon etwas früher mit dem Bild wechseln. Das hilft auch, den Schnitt insgesamt etwas zu glätten und etwas kompakter zu gestalten. Und in dem Fall kann ich entweder hier oben Link Selection abschalten oder Clips mit Alt- bzw. Option auswählen. Ich schalte gerade Link Selection ab. Jetzt kann ich also Video und Ton separat trimmen. Ich gehe in den Trimm-Modus, um einen Ripple-Trim zu bekommen. Und jetzt in dem Fall führe ich hier auf der Videospur ein Trimm aus und die Tonspur bleibt synchron. Alles, was hinter dem Schnittpunkt ist, wird herangezogen, inklusive der Tonspur da drunter. Also bekomme ich so einen etwas glatteren Einstieg. Und genauso kann ich es am Ende tun und kann hier das Outro schon etwas früher einsteigen lassen, während er noch die letzten zwei Worte sagt. Und dann höre ich mir das Ganze nochmal über die gesamte Zeitleiste an, wie sich das nun anhört. Das war auch schon mein kleiner Schnitt für dieses Interview-Segment. Du siehst also, ich kann meinen Multicam-Clip sehr gut in meinen Schnitt insgesamt einbauen und sehr leicht so in dem Fall zwischen zwei Kameras hin und her wechseln, um einen abwechslungsreichen Schnitt zu bekommen. Als nächstes gehe ich in ein etwas größeres Projekt, in ein Musikvideo mit vielen Kamerawinkeln. Das Musikvideo heißt hier Miserable Girl. Das sind die Clips dazu. Ich höre mal gerade rein und weil ich weiß, dass dieses Musikvideo, manche Spuren hier sehr laut sind, stelle ich gerade sicherheitshalber hier meine Monitoring-Lautstärke mal kurz herunter. Und höre mal rein. Und ja, da sehe ich, ich habe verschiedene Kamerawinkel, die jeweils den Kameraton aufgezeichnet haben. Der Kameraton, den möchte ich natürlich nicht benutzen, der klingt überhaupt nicht gut, aber ich habe einen separaten Soundtrack und ich kann den Kameraton wieder zur Synchronisation verwenden. Auch hier habe ich keinen Timecode von der Produktion. Die Kameras haben einfach nur unabhängig aufgenommen. Also werde ich die Wellenform wieder verwenden von den einzelnen Clips zur Synchronisation. Aber nicht so wie eben, dass ich mir eine Timeline anlege und dort synchronisiere. Das könnte ich hier auch tun, würde durchaus funktionieren. Aber ich kann auch einen Automatismus verwenden und direkt die Clips anwählen und über Rechtsklick Create New Multicam Clip benutzen. Und um das noch eleganter einzusetzen, hilft es mir, wenn ich auf Metadaten zurückgreifen kann. Die Kamerawinkel können nämlich einzeln benannt werden und einzeln sortiert werden. Und wenn ich darauf Einfluss haben möchte, ist es ein cleverer Weg, in die Optionen über den Inspektor in den File-Tab zu gehen und in den Metadaten hier kurz Metadaten anzulegen. Und ich möchte diesen verschiedenen Clips nun hier Kameranummern zuweisen und ich benutze die Nummer vom Dateinamen, aber anstatt hier JBR unterstrich irgendwas später zu benutzen, stattdessen werde ich einfach die Kameranummern nur schnell selber durchnummerieren. Und ich tippe hier einfach 01 ein für die Kamera 1 und kann dann einfach auf Next Clip klicken und so schnell durch diesen Media Pool Ordner durchwandern und sehen, welche Clips noch keine Metadaten haben und ganz schnell eine Kamerabezeichnung vergeben, die ich dann später wieder verwenden kann. Und wenn ich hier Nummern benutze, dann habe ich die später im Multicam-Clip auch genau in der Reihenfolge sortiert, was durchaus hilfreich sein kann. Also hier bleibe ich bei den Nummern, die ich in den Dateinamen sehe. 03, Next Clip 04, aber ich kann natürlich eine andere Reihenfolge bei Bedarf verwenden. 06, 07, 08 und danach Music. Jetzt wähle ich alle aus und per Rechtsklick Create new Multicam-Clip using selected Clips und ich benenne den Miserable Girl und eventuell ist es gut, dahinter noch das zu kennzeichnen, dass dies der Multicam-Clip ist, weil ich gleich auch eine Timeline anlege und dann die Namen unterscheiden können möchte und eine typische Bezeichnung ist Sync für die Synchronisation. Und die Frame Rate belasse ich. Alles ist hier im Projekt in 24 Frames per Second. Das passt. Zur Synchronisation der Winkel benutze ich nun den Ton, Sound. Das stimmt also auch. Für die Winkel selber habe ich hier nun die Metadaten und hier benutze ich Metadata Camera und das ist genau das Feld, was ich hier gerade für die einzelnen Clips belegt habe. Und als letztes möchte ich noch darauf hinweisen, auf diesen Haken hier unten, Move Source Clips to Original Clips Bin. Das bedeutet, dass jetzt die Clips alle in einen separaten Ordner zur Organisation gebracht werden können. Hilft mir oft. Wenn ich das nicht möchte, kann ich es auch abwählen. Dann bleiben die Clips genau da im Binnen, wo sie gerade sind. Zurzeit lasse ich es mal drin. Create. Nach kurzer Analyse sehe ich hier meinen Multicam-Clip und die einzelnen Clips befinden sich nun in dem Ordner Original Clips, der hier automatisch für mich erzeugt wurde. Hier habe ich meinen Multicam-Clip mit allen Kamerawinkeln und der Musik. Ich höre gerade die erste Kamera, die hier ausgewählt ist, bei der Vorschau und sehe alle Kamerawinkel parallel. Und jetzt werde ich hier per Rechtsklick Create New Timeline Using Selected Clips mir eine Timeline anlegen und die nenne ich nun auch wieder Miserable Girl, vielleicht Version 1 für meinen ersten Schnitt für dieses Musikvideo. Create. Und ich mache mir nun etwas Platz, werde den Inspektor schließen, den Medienpool schließen und bleibe hier im Full Extend Zoom. und ich sehe direkt, dass dieser Clip ja auch enorm laut ist. Deswegen hatte ich eben meine Monitoring-Lautstärke etwas runtergesetzt für die Demonstration hier, damit wir hier im Ton keine Schwierigkeiten bekommen. Jetzt werde ich allerdings, wenn ich sowas sehe, dann lieber direkt es in der Wellenform runtersetzen. Ich muss aber auch sehen, dass ich die richtige Tonspur höre. Zurzeit höre ich Miserable Girl Sync Camera 01 und wir haben hier eine Camera Music am Ende. Das ist die tatsächliche Tonspur und Music stand dort in dem Kamerafeld für die Metadaten. Also kann ich relativ schnell die finden. Rechtsklick, Switch Clip Angle und Switch to Camera Music. Wechsle ich also die Tonspur aus gegen die richtige Musikspur. Auch die ist sehr, sehr laut hier in der Wellenform. Insofern werde ich die mal kurz hier etwas vergrößern und so um einiges heruntersetzen, vielleicht so um die 10 Dezibel. Und dann kann ich meine Monitoring-Lautstärke wieder normal einstellen. Hören wir mal rein. Hier ist noch eine Klappe am Anfang. Die könnte auch zur Synchronisation verwendet werden, wenn ich den Ton überall aufgefasst habe. Wie gesagt, hier die Wellenform funktioniert gut genug. Und dann irgendwann erst hier geht es los gleich. Ja, ich fange mal hier an und werde den Anfang erstmal wegschneiden. Also Out-Punkt und Shift-Backspace, Umschalt-Rückstell-Taste, um den Anfang zu entfernen. Und jetzt möchte ich durch den Clip durchgehen und einfach während des Abspielens gleich auf die Schnelle erstmal einen vorläufigen Schnitt erstellen, einen ersten Rough Cut. Und das kann ich direkt tun, indem ich hier den Source-Viewer umschalte von Source auf Multicam und dann habe ich direkt über den Viewer Schnittfunktionen. Du siehst hier das Rasierklingensymbol, also ein Blade-Edit. Und was passiert, wenn ich gleich abspiele beziehungsweise wenn ich klicke, passieren zwei Dinge. Es wird ein Schnitt angelegt und es wird der Kamerawechsel zu dem angewählten Clip umgewechselt. Das möchte ich allerdings jetzt nicht auf Musik und Ton machen. Ich möchte ja hier meinen Tonclip permanent belassen. Wenn ich wollte, könnte ich den hier sperren. Das ist ein Weg. Aber ich kann auch hier oben umstellen und entscheiden, wie ich den Winkel wechseln möchte. Standardmäßig habe ich hier Bild und Ton mit diesem Symbol, Bild und Ton. Ich kann auch nur den Ton schneiden oder nur das Bild schneiden. Hier in dem Fall möchte ich nur das Bild schneiden. Also klicke ich links. Und jetzt, wenn ich etwas abspiele und dann sagen wir, ich möchte den Schlagzeuger zum Beispiel hier sehen, klicke auf den Schlagzeuger, dann wird ein Schnitt angelegt und das Bild wird auf den Schlagzeuger gewechselt. Und das geht auch während des Abspielens und das versuche ich jetzt mal. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und um das jetzt nach und nach schrittweise zu verfeinern, brauche ich im Wesentlichen eigentlich nur drei Operationen. Ich kann Schnittpunkte, die ich schon mal gesetzt habe, nochmal verschieben, vielleicht die Zeit nochmal einpassen. Beim ersten drüberschauen habe ich vielleicht was Tolles gesehen, aber als ich geklickt habe, war es schon fast vorbei. Dann kann ich den Punkt nochmal verschieben über einen ganz normalen Roll Edit, also kann ich auf Schnittpunkte klicken, sie verschieben. Das ist eine Sache. Eine zweite Sache ist, dass ich natürlich noch Schnittpunkte jederzeit wieder hinzufügen kann. An irgendeinem Ort der Timeline klicke ich rein, mache einen neuen Schnittpunkt oder entferne einen Schnittpunkt. Wenn ich irgendwo zu viel geklickt habe, entferne ich nochmal einen Punkt. Und als drittes kann ich noch den Kamerawinkel natürlich bei jedem Schnitt, den ich vorher erstellt habe, ändern. Was ich sicherlich nicht tun werde, ist hier zum Beispiel den Trim Edit Mode benutzen, weil ich natürlich meine Synchronisation jetzt auf keinen Fall verlieren möchte. Also sämtliche Dinge mit Trim Edit und Löschen und so weiter, Clips heraus, Entfernen etc. Das kommt jetzt hier eigentlich alles nicht in Frage, weil ich diese Synchronisation behalten möchte. Also schalte ich hier um auf den normalen Edit Mode. Ich kann das Ende nochmal wieder ranholen. Ich wähle mal hier beide aus, bringe das schon mal näher ran. Und dann gehe ich zum Anfang der Timeline und schau mal. Also ich wollte hier mit dem Schlagzeuger anfangen. Insofern wäre es ein einfacher Weg, den Schnittpunkt einfach nach ganz links zu setzen. Habe ich meinen ersten Schnitt. Sagen wir, ich möchte dem Schlagzeuger gerne noch etwas länger zuschauen. Der kommt später nicht ganz so oft. In meinem jetzigen Versuch kann ich auch einen Schnittpunkt einfach anwählen und über Backspace entfernen. Und dann ganz so lang, vielleicht doch nicht, schiebe ich den Klick mal etwas vor. Aber für den Einstieg möchte ich sie vielleicht lieber von vorne sehen. Also wechsle ich hier den Kamerawinkel aus. Und ich kann das wieder so, wie ich das eben schon mal gezeigt habe, über Rechtsklick und Switch Multicam Angle. Aber das wäre jetzt etwas aufwendig, um das sehr oft hintereinander zu machen. Insofern habe ich noch eine einfache Möglichkeit hier über den Viewer und kann hier einfach die Alt- oder Optionstaste drücken beim Klicken. Und dann wandelt sich hier mein Schnittsymbol in ein Replace-Symbol. Und das macht ein Replace-Edit, also es ersetzt einfach den Kamerawinkel. Wenn ich nun den lieber mit dem frontalen Winkel ersetzen möchte, klicke ich auf Replace. Und so habe ich den Winkel ersetzt. Dieser Schnittpunkt, über den ich hier gerade gegangen bin, das ist überhaupt kein Schnittpunkt, weil der gleiche Kamerawinkel einfach weiterläuft. Das nennt man dann Through-Edit, also der Schnitt geht durch. Das ist nur eine Schnittmarkierung, ohne dass etwas stattfindet. Sowas kann ich immer löschen. Also anklicken, Backspace entfernen und der Clip läuft weiter. Ja, und auch da würde ich wieder etwas wechseln. In dem Fall bringe ich mal den nächsten Schnittpunkt. Ich zoome etwas rein mit dem Detail-Zoom, bringe den nächsten Schnittpunkt ran. Und auch so habe ich einen Schnitt entfernt, indem ich einfach per Roll-Edit drüber gegangen bin und habe diesen Clip gleichzeitig bis zum vorherigen erweitert. Und auch hier kann ich wieder den Winkel wechseln, wenn ich zum Beispiel von der Nahaufnahme in die Totale gehen möchte. Option und dann per linker Maustaste hineinklicken. Das sind nun meine Optionen, mit denen ich mich hier durch die gesamte Zeitleiste Schritt für Schritt durcharbeiten kann. Das war meine Einführung ins Multicam-Editing. Für weitere Informationen zum Schnitt und zum Arbeiten mit DaVinci Resolve schau auf die Trainingsseite für weitere Videos, kostenlose Handbücher und Zertifizierungsprüfungen oder schau auf den Resolve-Foren vorbei für Fragen rund um DaVinci Resolve. Vielen Dank. Vielen Dank.